Dresden, Gute Nachrichten im Hause Aminati, Patrice, 29, ist rund sechs Monate nach der zweiten Krebstherapie frei von Metastasen. Das postete ihr Ehemann und TAF-Moderator Daniel Aminati, 50, am gestrigen Montag auf Instagram. Am Montag, den 12. Februar, ging ihre zweite Krebstherapie los, dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen. Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen, schreibt der 50-Jährige. Dazu postete er eine Reihe von Bildern, die die kleine Familie glücklich und ausgelassen zeigen. Um den Erfolg zu feiern, gönnte sich die Familie einen Kurztrip in ein Thüringer Hotel. Mit diesem Ort verbindet sie eine besondere Geschichte. Bereits am 6. Februar seien sie spontan dorthin gefahren, um ein paar Tage abzuschalten, aufzutanken und sich auf das einzustimmen. Was uns, vor allem meine Frau, erwartet, schreibt der TAF-Moderator. Denn knapp eine Woche später begann die zweite Krebstherapie von Patrice. Aber es wird nicht das letzte Mal sein, dass die Familie das Hotel besucht. Daniel beendete seinen Post mit dem Wunsch, den Ort mit Kind Nummer zwei wieder besuchen zu können. 14. 12. 18. 17. 19. 20. 19. Look how will you let the Moon start! 21. 22. 21.